Die EEG-Reform 2021 ist durch das Parlament durch. Eigenenergie, Energiewende, was kommt 2021? Hier ist Leben mit der Energiewende TV. Hier, 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 hier. Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. kennen viele Zuschauer und Zuschauerinnen von Ihnen schon aus den früheren Sendungen zur EEG-Novelle 2021. Herr Axthelm, Sie sind bei unseren Zuschauern ziemlich gut angekommen. Einige haben sogar gesagt, sie sollen als Bundeskanzler kandidieren. Aber wir stellen auf alle Fälle fest, wir machen eine kurze Rückbilanz und dann gehen wir auf die Zukunft. Man muss sagen, die EEG-Reform 2021 ist nicht so schlimm gekommen, wie wir sie ursprünglich erwartet haben. Wir haben gesehen, dass im parlamentarischen Verfahren einen Tag vor der Abstimmung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages 301 Seiten auf dem Tisch lagen. Und 301 Seiten waren natürlich nicht durchgehend schlecht, sondern es gab dann doch überraschend viele positive Anstöße, Möglichkeiten, die sich dort gezeigt haben. Und dies jetzt insbesondere für Bürgerenergie, aber auch für Teile der Solarenergie, aber auch für Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft, durchaus überraschend positive Stellschrauben bewegt worden sind. Und daran kann man eigentlich auch sehen, wie wichtig es ist, dass sich Menschen engagieren. Wir haben ja noch am Tag der Einbringung der Novelle 90.000 Unterschriften von Bürgern übergeben an Abgeordnete, um zu sagen, Bürger müssen weiter eine Rolle spielen dürfen. Und offensichtlich haben die Abgeordneten sich das zu Herzen genommen und haben gesagt, wir müssen da wohl doch nochmal an den Gesetzentwurf, der ursprünglich auf dem Tisch lag, ran. Und insofern hat es da positive Veränderungen gegeben zur ursprünglichen Verfassung des Gesetzentwurfs. Es gibt eine Sendung, ich habe mit Anja Weisgerber, klimapolitischer Sprecherin und umweltpolitischer Sprecherin der CSU im Bundestag, eine erste Bilanz gezogen. Lassen Sie uns, Herr Axtham, kurz Plus und Minus durchgehen. Durchgehen. Plus ist, Bürger können 30 KW-Peak-Anlagen auf dem Dach machen. Die Bürger können weiter dabei sein, indem ihre PV-Anlage auf dem Dach sozusagen weiter von der Bestrafung mit Umlagen ausgenommen wird. Das ist sicherlich ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt, dass das erstmal wieder gesichert ist. Es werden auch einzelne Aspekte der EU-Rahmenrichtlinie umgesetzt. Noch nicht so viel, wie wir uns vorstellen könnten. Es wird auch mit einem 16 Punkte enthaltenen Entschließungsantrag nochmal deutlich gemacht, dass die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode es auch Mietern erleichtern möchte, bei der Energiewende mitzumachen. Sogenannte Quartierslösungen werden da angesprochen. Also im Verbund von mehreren Mietobjekten gemeinsam Energie zu erzeugen, aus Erneuerbaren und auf den Weg zu bringen. Es gibt Verbesserungen im Bereich der Bioenergie, wo man sagt, auch diese Energieform soll weiter eine Rolle spielen, soll Zubau generieren. Es gibt in der sogenannten kleinen Wasserkraft einen Anstoß, dass man sagt, wir wollen, dass auch Wasserkraft weiter eine Rolle spielt als eine Energieform, die ständig zur Verfügung steht. Und es gibt, das finde ich besonders wichtig, einen guten Anstoß im Bereich der Geothermie, weil ich glaube, die Geothermie hat insbesondere in der Wärmeversorgung noch eine große Chance, noch viel mehr zu leisten als bisher. Und natürlich gibt es dann eine Minusseite und das ist sicherlich der Aspekt bei der Windenergie, wo man gesagt hat, wir sehen, dass es da in der Vergangenheit Unterzeichnung von Ausschreibungen gab. Also es gab nicht so viele Genehmigungen, wie man eigentlich in die Ausschreibung bringen wollte. Und deshalb gibt es da einen neuen Mechanismus, den man sich überlegt hat, um sicherzustellen, dass Ausschreibungen immer zu Wettbewerb führen. Und das heißt, man senkt das Volumen der Ausschreibungen ab. Und das ist natürlich etwas, was wir im Moment gar nicht brauchen können, sondern eigentlich brauchen wir Zubau über alle Technologien. Denn wir sehen ja, die ersten Kohlekraftwerke werden glücklicherweise jetzt auch abgeschaltet. Der Drang der Betreiber von Kohlekraftwerken, mehr Kraftwerke abzuschalten, ist hoch. Wenn wir Kraftwerke abschalten wollen, müssen wir erneuerbare Kraftwerke zubauen über alle Technologien. Es gibt auch ein Passus, da geht es um alte Windkraftanlagen, die jetzt aus der Einspeiseverkühlung rausfallen. Da hat man jetzt gesagt, wir geben noch einen Cent zum Marktpreis oben drauf, damit die erstmal weiter produzieren können. Und jetzt haben einige gesagt, das ist alles viel zu spät, weil die Fristen dafür sind alle abgelaufen. Das hilft uns überhaupt nichts. Ist das eine gute Sache mit dem Cent oder ist das nur Kosmetik? Ich würde mal sagen, es ist besser als nichts und es hilft auf jeden Fall denjenigen, die jetzt noch keinen Vermarkter gefunden hatten, dass sie nochmal ein bisschen Luft bekommen, um zu sagen, wie orientiere ich mich eigentlich, nachdem die Förderung ausgelaufen ist. Grundsätzlich nach vorne gerichtet wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, wir bringen jetzt eine Repowering-Strategie auf den Weg. Weil eigentlich wollen wir ja nicht, dass alte Anlagen einfach weiter betrieben werden, sondern wir möchten die Standorte sichern, dass dort auf diesen Standorten neue Anlagen errichtet werden können. Und dafür hätte es eine Überbrückung im Förderregime geben müssen für zwei bis drei Jahre, weil für die Ausweisung der Flächen und für die Sicherung der Flächen für neue Anlagen sind Kommunen und Länder zuständig. Und ich glaube, dass die noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu begreifen, wie wichtig diese Bestandsflächen sind, weil sie sind erstens in der Bevölkerung akzeptiert und zweitens haben wir dort eine erschlossene Infrastruktur. Das heißt, dort liegt alles schon im Boden, womit man den Strom ins Netz bringen kann. Nun sollte Photovoltaik in die Ausschreibung bzw. die Ausschreibungsgrenzen sollten verringert werden. Im Referentenentwurf stand 250 kW Peak, im Gesetzesentwurf 500 kW Peak. Jetzt ist es bei 750 kW Peak geblieben. Mit einem Unterschied, große Photovoltaikanlagen über 300 kW Peak bekommen nur noch die Hälfte des Stroms vergütet, wenn sie alles einspeisen wollen. Das heißt, 50 Prozent muss selber unbedingt genutzt werden. Da gab es die Kritik, dass gesagt wird, das ist eigentlich eine künstliche Reduzierung der Einspeisevergütung. Ich habe jetzt, sagen wir mal, Frau Weisgerber gesagt im Interview, naja, wir nehmen die Herausforderungen in Sachen Eigenverbrauch mal an. Wie bewerten Sie das? Also wir hatten ja den ursprünglichen Gesetzentwurf scharf kritisiert, weil wir das für einen falschen Weg gehalten haben, weil man suggeriert, wir wollen ein Marktsegment, was sehr gut funktioniert, in Ausschreibungen drängen. Weil wir eigentlich denken, da passiert zu viel. Das Gegenteil wäre notwendig gewesen. Wir hätten einen Anstoß geben müssen, dass mehr Ausbau auf den Dächern funktioniert. Insofern finden wir aber diesen Schritt zurück ganz gut, der jetzt gegangen worden ist. Und er eröffnet in der Tat Möglichkeiten. Insbesondere dann, wenn die angekündigte Reform der Mieterstromverordnung auch umgesetzt wird, wenn Quartierslösungen möglich werden. Und insofern geht es uns darum, den Bundesgesetzgeber zu ermutigen, mehr Möglichkeiten zu schaffen. Und diese Möglichkeiten müssen wir dann als erneuerbare Verbände natürlich auch annehmen, beziehungsweise unsere Mitglieder. Sie müssen daraus etwas machen. Photovoltaik ist die kostengünstigste Form der Stromerzeugung. Im Verbund mit Speichern ist sie immer noch kostengünstig. Und Speicher haben in den letzten Jahren eine deutliche Degression im Preis erfahren. Und insofern können sich jetzt ganz neue Modelle aus diesem Zwang, darüber nachzudenken, dass man die Hälfte des erzeugten Stromes nicht mehr vergütet bekommt, können sich ganz neue Modelle ergeben. Und ich glaube, der Bundesgesetzgeber wird eines Tages überrascht sein, was er damit ausgelöst hat für eine Vielfalt, für eine Innovationskraft. Weil man jetzt noch mal darüber nachdenken kann, wie versorge ich eigentlich mein eigenes Auto vor der Tür? Wie versorge ich aber auch in einem Mehrfamilienhaus gegebenenfalls andere technische Angelegenheiten mit meinem eigenen Strom, den ich nicht mehr vergütet bekomme? Und insofern sollten wir das jetzt als Anstoß nehmen, darüber nachzudenken, uns frei zu machen von zu viel staatlicher Regulierung, sondern selber unser Schicksal in die Hand nehmen. Herr Axtell macht in der Sendung schon wieder eine gute Figur. Nicht, dass er jetzt zum Bundespräsidenten vorgeschlagen wird. Aber um die Euphorie über Herrn Axtell etwas zu dämpfen, am Ende der Sendung werde ich noch eine Jugendsünde enthüllen, die er mal begangen hat, Herr Axtell. Da bin ich schon gespannt. Eine Frage, die viele Zuschauer haben, die ich gar nicht beantworten kann. Ich habe das versucht zu recherchieren. Wir haben ja jetzt sozusagen den Wegfall der EG-Umlage auf den Eigenverbrauch bis 30 kW Peak und viele Zuschauer fragen, gilt das auch für die älteren Anlagen oder gilt das nur für die Anlagen, die jetzt neu gebaut werden? Also das gilt auch für die älteren Anlagen, weil diese Bestrafung hat es ja sozusagen nicht gegeben. Der Gesetzgeber hatte sich überlegt, dass er etwas einführen möchte und dass er sozusagen da denjenigen, die aus der Förderung herausrutschen, sozusagen noch ein bisschen die Hand hinhalten wollte. Und insofern ist es noch mal ganz wichtig, dass man noch mal daran erinnert, was möchte die EU eigentlich? Das ist ja, der Hintergrund für diese Regelung ist ja, dass die EU sagt, wir möchten, dass die Menschen dabei sind. Wir möchten Prosuma stärken. Wir möchten die eigene Teilhabe der Menschen an der Energiewende stärken. Und wir sehen sowas ganz schön in den Niederlanden, wo Stromtauschen zwischen Haushalten schon funktioniert, wo im Übrigen ein Konzern wie Vattenfall derjenige ist, der das alles organisiert und damit offensichtlich gar keine Probleme hat. Und das, meine ich, macht wieder deutlich, dass es darum geht, mehr Möglichkeiten zu schaffen, wo Menschen sich engagieren können, statt alles bis ins letzte Glied durchzuregulieren und damit zu erschweren und zu blockieren. Wer jetzt eine Photovoltaikanlage mit einem Speicher im Jahr 2015 errichtet hat, mit 22 kW Peak und EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch, bislang bezahlt, fällt das dann jetzt dann weg? Nein, es fällt jetzt weg für diejenigen, die aus der Förderung herausrutschen. Diejenigen, für die ist es jetzt sozusagen, da gab es diese Diskussion, wie gehen wir da eigentlich damit um? Und für die 30 Peak, wo die EU gesagt hat, wir möchten Prosuma gestärkt haben, da wird es diese Umlage nicht mehr geben. Das heißt, wenn eine neue Photovoltaikanlage jetzt mit 25 kW Peak baut und den Strom selber nutzt, hat es dann nicht mehr? Genau. Ich hoffe aber, dass die Leute eine größere Anlage auf ihr Dach bauen, weil wir brauchen mehr Erzeugung. Und das ist ja unser Streitpunkt auch gewesen mit der Bundesregierung, weil wir immer so ein bisschen den Eindruck hatten, man möchte dieses Segment, was sich da auftut im Bereich der Dachanlagen, und das sind nicht nur Eigenheimbesitzer, sondern das sind auch Mehrfamilienhäuser, das sind auch Wohnungsgesellschaften, man möchte dort nicht einen Anstoß geben, tut etwas, sondern man möchte da eine neue Blockade einführen. Im Bereich der Wohnungsgesellschaften ist es jetzt zum Glück aufgegriffen worden in dem Entschließungsantrag, dass man sagt, hier muss das Problem der Gewerbesteuer gelöst werden, dass es dort etwas, was dem im Wege steht, dass Mieterstrom wirklich vorankommt endlich, dass es dort eine nicht geklärte Frage gibt, wann fällt eigentlich Gewerbesteuer an, wenn ich auf dem Dach einer Genossenschaft anfange, Strom zu erzeugen. Aber ich habe das so verstanden, wenn ich eine alte Photovoltaikanlage habe, die noch in der Förderung ist, die 22 kW Peak hat und EEG-Umlage bezahlen muss auf den Eigenverbrauch, die müssten doch jetzt eigentlich auch davon befreit werden. Die müssten jetzt auch eigentlich befreit werden. Das wäre die logische Konsequenz. Da müssen wir dann noch mal ins Gesetz gucken. Wir haben an mehreren Stellen des Gesetzes noch ein bisschen Nacharbeit darüber, was hat der Gesetzgeber da einen Tag bevor das Gesetz verabschiedet wurde eigentlich gemacht. Ich habe ja gesagt, das Gesetz hatte am Ende 301 Seiten Vorlage, die einen Tag bevor der Wirtschaftsausschuss darüber beriet, aus dem Koalitionsarbeitsgruppen kam. Der ursprüngliche Gesetzentwurf 160 Seiten. Daran sieht man, dass da viel zu tun ist. Und wir müssen an ganz vielen Stellen im Gesetz jetzt erst noch einmal nacharbeiten und schauen, was bedeutet das in der Praxis tatsächlich. Und das ist ja eine weitere Kritik von uns gewesen, dass dieser Gesetzentwurf die Komplexität der Regelung noch einmal verstärkt hat. Eigentlich möchten wir zurück zu einfachen und nachvollziehbaren und transparenten Regelungen. Hier wurde es noch mal erschwert und noch mal vielschichtiger sozusagen. Und dadurch haben wir in vielen Bereichen, das betrifft Photovoltaik, das betrifft aber auch Bioenergie, das betrifft Windenergie, jetzt noch mal Hürden der Interpretation zu nehmen. Was meinte der Gesetzgeber? Was ist da eigentlich beschlossen worden, wenn sich zwei oder drei Paragrafen zum Teil auch überlagern und überdecken? Dann gibt es jetzt eine große Aufgabe von Institutionen wie der Stiftung Umwelt-Energierecht, die da einen Tag nach der Verabschiedung im Wirtschaftsausschuss schon einen ersten Versuch gemacht hat, ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Aber da sind die Verbände im Moment noch dabei, das aufzuarbeiten. Also wir gehen erst noch davon auf, dass die IG-Umlage auf den Eigenverbrauch bis 30 KW Peak demnächst der Vergangenheit angehört. Genau. Um Herrn Axthelm weiter aufs Glatteis zu führen, gehen wir in der Kategorie unbeantwortbare Fragen nach der neuen Reform gleich weiter. Stichwort Altanlagen. Da ist ja jetzt die Smart Meter-Gateway-Pflicht weg, wenn man den Strom verkaufen will. Es wird gesagt, ja, die Anlagen sollen auch in den Eigenverbrauch gehen dürfen. Ist es denn jetzt so, dass die Altanlagenbesitzer, die nicht einspeisen wollen, einfach umklemmen können auf Eigenverbrauch? Wir wissen ja, dass es immer nicht so einfach ist. Das wäre schön, wenn das alles so einfach wäre. Ganz so einfach macht es uns der Gesetzgeber ja nie. Insofern ist es erst mal ein wichtiger Schritt gewesen, dass man gesagt hat, dieser Zwang zu neuen Mess- und Kontrolleinrichtungen, der wird noch mal zurückgenommen. Weil der hätte bei diesen kleinen Anlagen geradewegs in die Unwirtschaftlichkeit geführt. Und dann hätten wir es wirklich gesehen, dass viele Besitzer solcher Anlagen, die ja zu den Pionieren der Energiewende gehören, diese Anlage hätten abmontieren müssen. Und das war natürlich ein falscher Weg. Und insofern haben da die Argumente, die ja ein ganz breites Bündnis von Akteuren immer wieder an die Politik herangetragen hat, offensichtlich gefruchtet. Und haben dort dazu geführt, dass man gesagt hat, das bringt wohl wirklich nichts. Ja, aber es geht natürlich darum, dass die Einspeisung auch nicht mehr so viel bringt, sondern eigentlich bei Altanlagen der Eigenverbrauch das Sinnvollste wäre. Und da gibt es ja noch irgendwelche Verordnungen, 48.05, neuer Schaltkasten, neuer Wechselrichter und so weiter. Wie schätzen Sie das Gesetz jetzt so ein, wie es ist? Kriegen wir es hin, dass die Leute einfach praktisch hintern zwei Richtungszähler umklemmen können? Ich glaube, dass wir soweit leider noch nicht sind, dass wir aber daran arbeiten, ja gemeinsam als Verbände zu sagen, wir müssen herauskommen aus diesem Fehlschluss, den das EEG 2014 gemacht hat, nämlich Eigenverbrauch als etwas Schlechtes anzusehen. Eigenverbrauch ist in der künftigen Struktur unserer Energiewirtschaft etwas Gutes und etwas Sinnvolles. Und wir sollten uns darüber freuen, wenn jemand sich Gedanken macht, wie er seine Energie, die er selber verbraucht, auch selber erzeugt und wie er damit effizient und geordnet umgeht. Und trotzdem werden wir noch große Teile der Energiewirtschaft brauchen, die auf große Mengen angewiesen ist. Es geht nicht immer nur um den Eigenheimbesitzer, sondern es geht auch um Gewerbe, um Industrie, um große Einkaufszentren in den Städten, die ganz anders mit Energie versorgt werden müssen und wo Energie von außen kommen muss, wo wir aber auch in der Stadt darüber reden müssen, wie kriegen wir mehr Energie auf den Dächern produziert, wie kriegen wir Gewerbetreibende motiviert, das alles zu nutzen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Photovoltaik in Verbindung mit Speichern durchaus sehr wirtschaftlich sein kann. Und auch da geht es uns darum, der Politik klarzumachen, dass man hier keine Steine in den Weg legen darf. Und Steine sind in diesem Fall eines 301 starken Gesetzespaketes eben oft unklare Sätze in Gesetzesformulierungen. Und da müssen wir wieder zurückkommen und sagen, wie machen wir es den Leuten leichter, mitmachen zu können. Sie haben ja in unserer Berichterstattung seit April über diese Novelle mitbekommen, dass wir ständig über diese EU-Rahmenrichtlinie RED2 reden und da trommeln und sagen, wir wollen die Umsetzung bis Juni 2021, muss das passieren, weil diese Rahmenrichtlinie, wenn man sie sich durchliest, ja ganz klar ist, dass sie Eigenenergie, Produktion, Nutzung und Verbrauch möchte. Da steht eigentlich alles das drin, was wir gerne in den Bundesgesetzen gehabt hätten, jetzt schon bei der EEG-Novelle. Und da ist man in der Formulierung ganz klar und da handelt es sich ja um eine Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Und in allen Entwürfen, die wir bisher gehabt haben, ist das, was die EU-Rahmenrichtlinie wollte, überhaupt nicht enthalten gewesen. Herr Axelm hat es schon gesagt, die 30-KW-Peak-Grenze, EEG-Umlagebefreiung auf den Eigenverbrauch, ist der erste wichtige Hinweis darauf, dass die Bundesregierung diese Koalition nun mal die EU-Rahmenrichtlinie zur Kenntnis genommen hat und angefangen hat, in diese Richtlinie hin umzusetzen. Ist das die richtige Interpretation? Das ist die richtige Interpretation. Zu Anfang hatte die Bundesregierung ja gesagt, wieso, wir haben die Richtlinie quasi schon mit dem jetzt bestehenden Gesetzeswerk umgesetzt. Da haben alle Verbände sich verdutzt die Augen gerieben und haben gesagt, wie meint die Bundesregierung denn das eigentlich? Weil wir immer gesagt haben, nein, die Richtlinie ist auf keinen Fall umgesetzt. Und insofern ist dies ein erstes Momentum, wo man sieht, da ist Bewegung entstanden. Und die ist, glaube ich, vor allem dadurch entstanden, dass Organisationen wie das Bündnis Bürgerenergie sehr kleinteilig in die Wahlkreise ausgeströmt sind und deutlich gemacht haben, den Menschen, die ihre Energie heute schon produzieren und diejenigen, die das künftig tun wollen, ihr müsst zu euren Abgeordneten gehen. Ihr müsst hingehen und denen erklären, was ihr tun möchtet und warum das eine gute Sache ist. Und dass man dafür einen Rahmen braucht und dieser Rahmen war ja sehr einfach da. Die Richtlinie der EU ist sehr klar und sehr eindeutig formuliert. Man hätte diese wenigen Paragrafen, die da sind, einfach eins zu eins ins Gesetz bringen können. Dann wäre vielen geholfen. Jetzt sind wir einen ersten Schritt gegangen. Sie haben gesagt, die Richtlinie muss bis Mitte 21 umgesetzt sein. Die Regierungsfraktionen haben mit der Verabschiedung des EEGs einen umfangreichen Entschließungsantrag beschlossen. 16 Punkte sind dort enthalten. Die EU-Problematik ist nur am Rande angesprochen. Aber es wird sozusagen im nächsten Jahr einen weiteren Reformschritt sowieso geben. Und da müssen wir jetzt alle gemeinsam aufpassen, dass die Umsetzung der RET 2 dabei nicht unter die Räder gerät. Ja, und da sind wir beim Thema, beim zweiten Teil der Sendung. Was erwartet uns jetzt 2021? Und jetzt reden wir mal nicht darüber, was sozusagen an Blockaden noch ist oder kommen könnte, sondern welche Chancen und Möglichkeiten sich ergeben. Und da spielt die EU-Rahmenrichtlinie eine große Rolle, weil wenn sie richtig umgesetzt ist, würden wir für die Bürgerenergiewende enorm viel Spielraum und Kraft gewinnen. Und im Entschließungsantrag, den Herr Axelm gerade zitierte, stehen die sogenannten Energy Communities mit drin. Wir in Deutschland sagen Energiegemeinschaften. So, und jetzt kann man die EU-Rahmenrichtlinie natürlich unterschiedlich interpretieren. Ich interpretiere sie natürlich viel positiver für die Bürger und sage, Herr Axelm war so journalistisch in die Tüte gequatscht, also die Bürger versorgen sich untereinander in den Communities selber. Sie liefern sich untereinander den Strom. Sie können den speichern, da können wir Wohnquartiere machen, da können wir auch größere Bereiche machen. Wir können eine Kombination machen, vielleicht sogar auch ein bisschen mit Wind. Und übermäßige Abgabenlast, irgendwelche komischen Konzessionsabgaben, haben laut EU-Rahmenrichtlinie da erstmal draußen zu bleiben. Oder interpretiere ich das zu weit? Nein, das ist die klare Formulierung in der Richtlinie. Ich empfehle wirklich jedem, da mal reinzugucken, weil das ist eine der wenigen Richtlinien, die man sogar versteht, die einfach so klar und eindeutig formuliert worden ist, weil dort diese Energie-Communities auch sehr schön beschrieben worden sind. Was meint die EU eigentlich damit? Und sie kommen natürlich jetzt in Deutschland dem Modell von Energiegenossenschaften sehr nahe. Und Energiegenossenschaften gibt es sehr große und es gibt sehr kleine. Und daran sieht man, wir haben eigentlich schon in Deutschland ein Modell an, was sich anknüpfen ließe. Und die Politik sollte aufhören, das, was da aus Brüssel gekommen ist, mit ganz spitzen Fingern zu sehen, sondern sollte eher die Chancen nutzen, die sich daraus ergeben und das Einbetten in den Gesetzesrahmen, den wir bewährterweise im Energiebereich schon haben. Wie stellt sich die EU das jetzt eigentlich vor? Also nehmen wir mal an, in Mecklenburg-Vorpommern, die Wolfram-Axtelm-Straße. Da sind 20 Häuser, zehn Bürger haben eine Photovoltaikanlage, ist vielleicht auch eine Schule dabei. Und die sagen, wir machen jetzt eine Energie-Community. Wir versorgen uns in einem eigenen Bilanzkreis oder auch physisch miteinander verbunden. Wir hängen uns Stromzähler dazwischen. Was sagt die EU-Rahmenrichtlinie? Bleibt mit der Stromsteuer draußen? Bleibt mit der Konzessionsabgabe draußen? Bleibt mit der EEG-Umlage draußen? Wie will die EU-Rahmenrichtlinie das haben? Vereinfacht gesagt sagt die EU-Rahmenrichtlinie, wenn zwei Bürger oder drei Bürger untereinander Strom tauschen, ich verwende mal jetzt bewusst dieses Wortes Strom tauschen, dann sollen darauf nicht Steuern anfallen. Sondern man will diesen Austausch unter Bürgern unterstützen. Und man kann sich das im Grunde genommen so vorstellen, jemand hat seine Photovoltaikanlage auf dem Dach, braucht in dem Moment aber nicht den ganzen Strom, die die erzeugt und gibt den Strom an den Nachbarn weiter, der damit in diesem Moment sein Fußballspiel vielleicht schaut. Und das sagt die EU, das soll möglich sein. Es soll genauso gut möglich sein, dass jemand anders das zwischenspeichert und dann aus dem Zwischenspeicher heraus wieder in das System hineingibt. Und darum habe ich vorhin das System in den Niederlanden angesprochen, wo Wattenfall das einmal austestet. Wie geht das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Natürlich muss entweder über Digitalisierung etwas dazwischen stehen, weil man muss ja mit dem Partner sozusagen, mit dem man tauschen möchte, dann überhaupt ins Geschäft kommen, mit ihm reden. Man muss wissen, dass er gerade im Moment Strom braucht. Insofern ist da im Hintergrund ein bisschen was nötig. In den Niederlanden macht das ein Konzern wie Wattenfall und hat bewiesen, dass es funktioniert. Und den Bürgern macht es Spaß, weil sie können dann nämlich nachvollziehen, wie viel habe ich erzeugt, wie viel habe ich selbst verbraucht, was habe ich an jemanden gegeben, wo kann ich vielleicht auch Energie noch einsparen, damit ich noch mehr abgeben kann. Auch solche Gedanken kommen dann und dann kommen wir zu einem sehr viel effizienteren Umgang und einem besseren Bewusstsein, wie wichtig Energie eigentlich für unser Leben ist. Das würde ja bedeuten, wenn ich sozusagen in einer Energie-Community mich untereinander mit Strom versorge, benutze ich ja das öffentliche Stromnetz nicht, dann müsste ja sowas wie die Kosten für das Netz auch entfallen. Nein, das spricht die EU jetzt nicht an, dass es um das Netz noch zusätzlich geht. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung, die wir in Deutschland ja ohnehin haben, dass wir noch mal über unsere Finanzierung des Stromnetzes anders nachdenken müssen. Das ist ja eine Paralleldiskussion, die wir zu den ganzen Fragen EEG haben. Wie sind eigentlich die Netzentgelte strukturiert und wie finanziert sich das alles? Das wäre ein neues Thema für die Sendung, kann ich Ihnen nur empfehlen, große regulatorische Bereiche, da kann man sehr viel drüber diskutieren. Aber würde denn nach EU-Rahmenrichtlinie nicht nur die Versteuerung wegfallen, sondern auch so etwas wie irgendwelche Konzessionsabgaben oder bleibt das alles voll drauf? Die EU-Rahmenrichtlinie sagt ganz klar, es soll dieser Austausch unter einzelnen Akteuren nicht behindert werden. Und deshalb sagt die EU-Rahmenrichtlinie, es sollen keine Steuern dort anfallen, und keine Abgaben anfallen. Abgaben, genau. Und jetzt ist die Frage, was interpretiert man wie? Und da ist eben der Bundesgesetzgeber gefragt. Und aus unserer Sicht sollte er das im Sinne der Prosumer, im Sinne seiner Bürger interpretieren und nicht sozusagen interpreterische Spielräume dafür nutzen, um es den Menschen zu erschweren, teilzuhaben. Genau. Also das wäre natürlich ein Riesenschritt, so wie Herr Axel das gesagt hat, Energiecommunities sind steuer- und abgabenfrei. Das ist das, was die EU eigentlich will. Das ist das, was die EU eigentlich möchte, genau. Und das ist jetzt das, worum wir eigentlich im nächsten Jahr kämpfen müssen? Dass man jetzt nicht sagt, pass mal auf, wir setzen die EU-Rahmenrichtlinie um und jetzt machen wir das noch drauf und das noch drauf und das noch drauf und das noch drauf. Sondern wir müssen sagen, Steuer- und Abgabenfreiheit für Energiecommunities, das müssen wir wirklich unbedingt erreichen. Ja, wir müssen vor allem erreichen, dass die Menschen nicht die Lust verlieren an Energiewende und an Eigenerzeugung von Strom. Ich habe ja schon mal beschrieben, wir brauchen die Eigenerzeugung. Gerade wenn wir an E-Mobilität denken, brauchen wir eine nahe Erzeugung in dem urbanen Raum. Da werden wir nicht alles von außen hineinbringen können. Und deshalb sollten wir den Menschen nicht die Lust nehmen, selber darüber nachzudenken, wie sie erstens Energie produzieren können, zweitens Energie sparsam und effizient einsetzen und drittens vielleicht auch darüber nachdenken, wie sie sich mit anderen Menschen zusammentun und zusammenschließen. Das wird ja keine anonyme Community sein, sondern man macht sich dann ja schon Gedanken, wie möchte man das organisieren. Und ich habe deshalb nicht ohne Grund das Stichwort Energiegenossenschaften hineingeworfen. Und es gibt in vielen Städten sehr kleinteilige organisierte Energiegenossenschaften, die sich einfach Gedanken gemacht haben, wie organisiere ich die Energieversorgung in meiner Einfamilienhausgegend, in meinem Mietshaus, in meinem Quartier. Das ist jetzt ein Gedanke, der gerade aus der Wohnungswirtschaft sehr stark kommt. Und da die Menschen zu motivieren, sich selber Gedanken zu machen, teilzuhaben, mitzumachen und das zu organisieren. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt wirklich, Herr Axteim, viel unterwegs. Ich drehe viel bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich meine, diese Energiecommunities, die gibt es ja zum Teil schon. Was glauben Sie, wie viele Kabel ich schon gedreht habe, die durch die Wand durchgehen und den Nachbarn, da ist einfach ein Stromzähler und der versorgt den Nachbarn für 10 Cent mit, kräht kein Haar nach. Wir wollen jetzt nicht aufrufen zum Rechtsbruch, aber es sollte den Bürgern erleichtert werden, nicht solche krummen Wege zu gehen, sondern man sollte es den Menschen erleichtern, sich da auf einer Basis von einer klugen Regelung, die Brüssel sich immerhin schon mal ausgedacht hat, das ist ja auch selten, dass wir sagen, Brüssel hat sich etwas Kluges ausgedacht. An der Stelle kann man es immer wieder betonen und das sollte man jetzt in deutsches Recht adaptieren und dann sind solche Wege, die Sie da gerade beschrieben haben, vielleicht nicht mehr nötig. Da ist gerade bei Herrn Axel das Rotlicht angegangen, als ich das gesagt habe, Gefahr, Gefahr. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die EU-Rahmenrichtlinie legalisiert etwas, was im Prozess und im Denken der Menschen sowieso schon vorhanden ist. Ich würde nicht davon sprechen, dass sie es legalisiert, sondern sie gibt dafür noch mal einen zusätzlichen Anstoß, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich eigentlich mit meinem Nachbarn, mit demjenigen, der neben mir wohnt, mit den Menschen, die in meinem Quartier wohnen, darüber nachdenken, wie man die Energieversorgung organisieren kann. Ja, genau. Also das kommt und darum müssen wir uns unheimlich stark bemühen. Und Energiecommunities, das ist ja das, was wir immer als dezentrale Energiewende bezeichnen. Das ist das ja eigentlich. Ja, das ist eigentlich noch mal das Wiederauflegen der Geburtsstunde der Energiewende. Die Geburtsstunde der Energiewende war ja ursprünglich einmal vor 30 Jahren zu sagen, wir nehmen die Energieversorgung in unsere eigenen Hände, wir organisieren das selber in unserem Dorf, in unserer Kleinstadt, in unserem Wohnbereich. Wir machen etwas selber. Und insofern sollte man das nicht geringschätzen. Das ist ganz wichtig, weil das sozusagen eine Grundlage der Akzeptanz insgesamt sichert, wenn Menschen mitmachen und beteiligt werden können. Der Entschließungsantrag, der sich ja, wie wir schon jetzt in der Sendung mehrfach gesagt haben, so langsam der EU-Rahmenrichtlinie annähert, erwähnt auch den Begriff Bürgerstromtarife. Und da geht es ja darum, um Photovoltaikanlagen. Herr Axel hat es gerade gesagt, wir müssen mal in die Ballungszentren, in die Städte mit der Energiewende reinkommen. Auch das Thema Bürgerstromtarif heißt auch, dezentrale Erzeugung von Energie auf dem Dach in den Städten und die Bürger sozusagen relativ abgabenfrei an die Energie rankommen lassen. Das ist der andere Teil. Das ist das Modell Mieterstrom, wo man ja angekündigt hat, dass man dort nochmal die Erleichterungen auf den Weg bringen will. Das, was im Entschließungsantrag unter dem Stichwort Bürgerstromtarife läuft, ist eine Möglichkeit, um Akzeptanz in der Windenergie auf den Weg zu bringen. Weil man gesagt hat, Menschen, die in einem gewissen Umkreis von Windenergieanlagen leben, denen soll auch ein Bürgerstromtarif angeboten werden. Da war der Gesetzgeber selber schon mal einen Schritt weiter, weil das war in einem Vorentwurf des EEGs schon enthalten. Ist dann auf dem Weg durch die Instanzen offensichtlich wieder rausgefallen, weil man sich nicht so sicher war, wie man das wohl umsetzen kann. Taucht jetzt im Entschließungsantrag wieder auf. Wichtig wäre, dass das nicht nur in Entschließungsanträgen und proklamatorischen Reden auftaucht, sondern dass es tatsächlich dafür einen gesetzlichen Rahmen gibt, der das zulässt, dass wir diesen Weg gehen können. Viele Windkraftbetreiber machen solche Wege. Heute gibt es da so im Graubereich des rechtlichen Rahmens dann doch Möglichkeiten, die man gehen kann. Wenn man sagt, wenn die Menschen in einer bestimmten Region sagen, ich kaufe meinen grünen Strom bei diesem oder jenem Stromanbieter und gehe anschließend zu dem Windkraftbetreiber und bekomme dann am Jahresende sozusagen einen kleinen Bonus dafür bezahlt, dann ist das nichts anderes als ein Bürgerstromtarif, den man jetzt im rechtlichen Rahmen, den wir heute haben, aber etwas krumm und schief organisieren muss. Und es wäre besser, man hat ihn eindeutig und klar. In der Antwort haben Sie mal gesehen, wie smart und nett Herr Axtam ist. Eigentlich hätte er sagen müssen, Herr Ferensky, Sie werfen jetzt Bürgerstromtarif und Mieterstrommodelle einfach in einen Topf. Das geht so nicht. Er hat das ganz smart korrigiert. Ist denn die Mieterstromverbesserung, die jetzt im Gesetz drinsteht, wirklich eine Verbesserung? Viele sagen, ach, das ist eigentlich immer noch zu kompliziert. Es ist ein erster Schritt und ich finde, das ist vor allem deshalb ein wichtiger Schritt, weil er deutlich macht, dass die Politik langsam begreift, dass die Mieterstromverordnung, die wir heute haben, eine reine Blockadeverordnung ist und dass wir mit dieser Verordnung Mieterstrom nicht möglich machen werden. Was ist durch das Gesetz jetzt einfacher? Es ist noch nicht so sehr viel im Gesetz. Es ist der Entschließungsantrag, der einen ganz wichtigen Aspekt anspricht, nämlich die Frage, wie ist das da eigentlich mit Gewerbesteuer? Das ist für die Wohnungsgesellschaften, die gerne solche Projekte umsetzen wollen, eine wichtige Frage, wenn ich nämlich auf diesen Strom plötzlich noch Gewerbesteuer zahlen müsste, dann ist die Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht mehr darstellbar. Und insofern ist das eine wichtige Aussage. Es war auch in einem früheren EEG schon drin, dass man die Mieterstromverordnung überarbeiten und handhabbarer machen wollte. Ich hoffe, dass es jetzt mit diesem Entschließungsantrag genug des Bekenntnisses ist und wir dann ins Handeln hineinkommen. Ganz wichtige Frage noch, was ist denn in der EU-Rahmenrichtlinie noch drin, was wir dringend umsetzen müssen bis Juni 2021? Da haben Sie mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Wenn Sie mal! Nein, das Wichtigste ist natürlich, dass man das, worüber wir schon sehr viel gesprochen haben, Prosuma stärken und Abgabenfreiheit für diesen Bereich des Energiemarktes. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Energiemarktes. Wir müssen auch immer daran denken, dass die Haushalte nicht der größte Stromverbraucher in Deutschland sind, sondern dass wir in dem Zuge, wo wir in die Energiewende tatsächlich hineinwachsen und die gesamte Energieversorgung CO2-frei machen, natürlich über Industrie reden, über Mobilität, über Wärme. Neben Wärme dann auch über Kälteversorgung. Es macht sich kaum einer Gedanke, dass das größte Problem von großen Einkaufszentren nicht etwa das Heizen ist, sondern das Kühlen. Und auch das wollen wir ja alles grün machen und insofern brauchen wir da sehr viel Strom. Das geht jetzt weit über die EU-Rahmenrichtlinie hinaus. Also fassen wir mal zusammen. Wir sind jetzt kräftig durchgeschüttelt worden durch den ganzen Diskussionsprozess und sind, sagen wir mal, doch noch so halbwegs auf die Bahn gelangt, dass wir sagen können, wir bewegen uns jetzt mal so langsam in die EU-Rahmenrichtlinie zu. Was bedeuten könnte, wenn es positiv läuft, dass wir Communities machen können, dass wir Vereinfachung bekommen können, dass wir unser Recht gestärkt bekommen, Eigenenergie zu produzieren und zu nutzen. Kann man das sagen? Ist so eine Zusammenfassung von auf dem Weg, um wem wir sind. Das kann man so sagen. Und da werden wir uns darum kämpfen müssen, dass wir es auch wirklich umgesetzt bekommen. Wir müssen den Druck aufrechterhalten, dass Politik merkt, hier gibt es ein Interesse. Also Politik muss erkennen, dass es ein Interesse einer großen Gruppe in der Bevölkerung gibt. Und die darf nicht lockerlassen. Man darf jetzt nicht sagen, naja, jetzt haben wir ein bisschen was hingekriegt und dann lehnen wir uns alle wieder entspannt zurück und warten mal auf die nächste EEG-Novelle. Nein, man muss jetzt am Drücker bleiben. Und die Koalition hat uns den Weg freigemacht mit dem Entschließungsantrag, weil sie sich damit selbst in die Pflicht nimmt, im ersten Quartal des nächsten Jahres den nächsten Schritt zu gehen. Und daran müssen wir sie jetzt erinnern und den Druck aufrechterhalten, dass dieser Schritt auch gegangen wird. Manchmal muss man ja jemanden etwas schieben, damit der Schritt auch erfolgt. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Arbeitsprogramm für das nächste Jahr zu sagen, wir denken die Energiewende, jetzt zumindest mal im Bereich Photovoltaik, nicht nur über das eigene Haus oder über das eigene Firmengebäude, sondern das, was sowieso schon lange gärt, dass wir uns gegenseitig versorgen wollen, in größeren Einheiten. Das ist der nächste Schritt, auf den wir mit der EU-Rahmenrichtlinie uns so langsam dann hinzubewegen können. Das ist ein wichtiger Schritt, genau. Die Windenergie fällt immer so ein bisschen runter in diesen ganzen Diskussionen. Und ich glaube, das ist auch noch eine Aufgabe für 2021. Die alten Anlagen müssen weiterlaufen können, die müssen eine wirtschaftliche Perspektive haben. Wir müssen ein Repowering machen können, weil die Fläche ist ja schon da, die ist ja sozusagen schon genutzt. Wir müssen noch einen Zubau machen. Das wird ja auch so ein bisschen im Gesetz versucht zu sagen, wir wollen Hinderungen des Zubaus praktisch verhindern. Wir brauchen mehr Wind, weil Wind bringt uns eigentlich die Masse an Kilowattstunde, die wir da irgendwie produzieren können. Also eigentlich muss Wind in den Gedanken der Energiewende, auch der Bürgerenergiewende, wieder ein bisschen näher herankommen. Also da hat der Gesetzgeber so einen kleinen Schlingerkurs gemacht. Er hat in dem Paragrafen 4 des Gesetzes sehr schön gesagt, es muss Ausbauziele geben. Er hat sie auch definiert, auch für die Windenergie, sogar in zwei Jahresschritten. Und dann hat er einen neuen Paragrafen auf den letzten Metern des Gesetzgebungsprozesses auf den Weg gebracht, den Paragrafen 28, wo dann plötzlich drin steht, ja, aber Ausschreiben wollen wir nur so viel, wie genehmigt worden ist. Das kann zu einer nach unten gerichteten Spirale werden. Damit es das nicht wird, sondern damit wir wirklich die hohen Mengen in die Ausschreibung hineinbringen, braucht es Genehmigung. Und um Genehmigungen zu erreichen, braucht es das, was jetzt leider wieder im Entschließungsantrag und nicht im Gesetzentwurf steht oder nicht im beschlossenen Gesetz steht. Nämlich der Entschließungsantrag sagt, wir müssen das Planungsrecht vereinfachen, wir müssen bei der Flächenausweisung voraus rankommen, wir wollen Genehmigungshemmnisse abbauen. Das hilft uns nichts, wenn das nur in einem Entschließungsantrag steht. Es muss jetzt auch getan werden. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, weil es hier eine komplexe Zuständigkeit von Kommunen, Ländern und Bund gibt. Deshalb waren wir sehr dankbar darüber, dass der Bundesgesetzgeber sich überlegt hat, dass es für dieses große Projekt der Energiewende einen sogenannten Kooperationsausschuss geben muss. Also praktisch eine Art Sekretariat der Energiewende, wo dann genau geschaut werden soll, wie erreichen wir eigentlich die Ziele? Welchen Beitrag leistet jedes einzelne Bundesland? Weil wir haben ja heute das Phänomen, dass es Bundesländer gibt, die sich so ein bisschen an die Seite stellen und sagen, lass mal die anderen machen. Lass mal den Norden den Strom produzieren. Und wir unterhalten uns dann nur, ob die Leitung rechts oder links an unserer Region vorbeigeht, aber die selber einen nur unzureichenden Beitrag stellen. Und die Windbranche hat sehr deutlich gemacht, es braucht zwei Prozent der Fläche in jedem Bundesland. Mehr möchte man gar nicht. Aber damit kann man einen nennenswert hohen Beitrag leisten, um die Energieversorgung CO2-frei zu machen. Und Sie haben einen weiteren Aspekt ja angesprochen, Repowering, wir haben in den nächsten fünf Jahren 16.000 Megawatt, die aus der EEG-Förderung herauswachsen. Natürlich können diese Anlagen auch noch weiterlaufen. Aber eigentlich muss es darum gehen, auf diesen Flächen, wo die Anlagen heute stehen, moderne Anlagen aufzubauen. Und oft wird man dann erleben, dass man die Anlagenzahl halbiert, aber den Stromertrag verfünffacht. Und darum muss es doch gehen, dass wir mehr Energie auf weniger Fläche produzieren. Und Deutschland kann hier zu einem wirklichen Leitmarkt im Bereich des Repowerings werden. Und darum haben wir uns ja gewünscht, dass die Bundesregierung dieses Thema stärker adressiert und stärker anspricht. Es wird jetzt mit so einem Nebensatz in dem Entschließungsantrag erwähnt. Und das wird eine wichtige Aufgabe für die Zukunft sein. Also Repowering ist, glaube ich, etwas, gerade weil Sie gesagt haben, da sind so ganz verschiedene Ebenen, Bund, Länder, Kommunen mit beschäftigt. Das Dickicht der Regelung ist so groß, hier braucht es eigentlich den wirklich formulierten politischen Willen zu sagen, wir machen das einfach. Genau, hier braucht es einen klar adressierten, überzeugend adressierten Willen der Bundesregierung. Deshalb waren wir ja sehr sauer, dass in den letzten Minuten sozusagen des Gesetzgebungsprozesses eine doch wichtige Änderung im Paragrafen 1 erfolgt ist, wo nämlich einfach mal ein aus unserer Sicht sehr wichtiger Satz herausgestrichen wurde, nämlich der Satz, die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien liegt im öffentlichen Interesse und im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Diesen Satz hat man aus welchen Gründen auch immer in der letzten Minute rausgestrichen. Und sicherlich hat er in vielen Teilen proklamatorischen Charakter. Aber eine solche klare Aussage des Gesetzgebers wäre wichtig gewesen, um auch auf anderen politischen Ebenen, nämlich Ländern und Kommunen, zu sagen, seht ihr, der Bundesgesetzgeber hat es in ein Gesetz reingeschrieben. Er hat diese Überzeugung nochmal sehr sichtbar zum Ausdruck gebracht, im Paragraf 1 des Gesetzes. Jetzt hat er das Gegenteil erreicht, indem er nämlich eine Formulierung, die das Bundeswirtschaftsministerium im Übrigen auf fast einer Seite begründet hat, die hat man einfach rausgestrichen. Und das ist sehr schade und wirft uns ein bisschen zurück. Es lässt uns aber nicht den Mut verlieren, weiter dafür zu kämpfen, dass wir einen solchen Satz eigentlich in diesem Gesetz oder im ENWG brauchen. Wir haben ja noch ein zweites Energiegesetz. Insofern gibt es da vielleicht auch nächstes Jahr nochmal neue Möglichkeiten. Ja, diese Regelungsvielfalt, wie das Energiewirtschaftsgesetz, das ist einfach unheimlich schwer, alles zu kommunizieren, welche Komponenten da rein spielen. Und da müsste man sich eigentlich auch nochmal drum kümmern, nicht nur um diese Aspekte, die wir jetzt besprochen haben. Zum Schluss nochmal einen generalisierten Aspekt. Wir haben ja eigentlich so ein bisschen erwartet, dass die Photovoltaik jetzt so geschliffen wird, wie man es mit der Bioenergie und mit dem Wind gemacht hat in den vergangenen Jahren. Wir haben einfach gesagt, okay, jetzt kommen die auch dran, jetzt werden die richtig platt gemacht, die Bürgerenergiewende wird platt gemacht. Das ist jetzt, auf wenn man nicht 100 Prozent zufrieden sein kann, nicht passiert. Und Herr Axelm, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, liegt das auch daran, dass diesmal die Energiewendebewegung so konzertiert und stärker und öffentlichkeitsorientierter rangegangen ist. Als es die Windenergie im letzten Jahr gemacht hat oder die Bioenergie gemacht hat, ist die Energiewendebewegung vielleicht inzwischen tatsächlich so stark, dass sie das aufhalten konnte? Die Energiewendebewegung war ja immer stark und sie hat schon immer viele Menschen emotionalisiert und auch auf die Straße gebracht. Es hat immer große Demonstrationen gegeben. Was diesmal, glaube ich, anders war, dass man sehr viel klüger vorgegangen ist. Es hat diese ganz breite Unterschriftenaktion im Sommer gegeben. Ich hatte es schon erwähnt, 90.000 Unterschriften. Das muss man erst mal hinkriegen, im Sommer zu sammeln, in einer Zeit, wo die Menschen sich mit Corona und anderen Fragen beschäftigt haben, die Leute davon zu begeistern. Und dann hat es diesmal, glaube ich, eine sehr viel breitere Aktion auf die Wahlkreisbüros der Abgeordneten hingegeben. Man hat also gesagt, wir müssen die Leute direkt ansprechen. Wir schreiben Briefe. Wir schreiben Postkarten. Man sieht jetzt, dass sowas wirkt, weil es dann Abgeordneten ein Problem vor Augen führt, was sie sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätten. Und darum ist es so wichtig, jetzt mit dieser Arbeit nicht nachzulassen. Wir müssen sehr viel kleinteiliger. Die Energiewende ist kleinteilig und dezentral. Und wir dürfen deshalb nicht nur unsere politische Arbeit auf Berlin konzentrieren, sondern wir müssen auch unsere politische Arbeit dezentral und kleinteilig machen. Und das heißt, die Büros der Abgeordneten von Bund und Ländern, die müssen wissen, wer sind in ihrem Wahlkreis diejenigen, die Energiewende machen wollen und warum wollen sie das machen und was brauchen sie dafür, dass sie es leichter haben, dies machen zu können. Und es gibt noch etwas, liebe Zuschauer, und das führt mich zur Jugendsünde von Herrn Axthelm. Herr Axthelm arbeitet für die Energiewende. Und ist CDU-Mitglied. Herr Axthelm, ich will jetzt nicht fragen, was in Ihrer persönlichen Biografie schiefgelaufen ist, aber Sie sind ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir auch gemerkt haben. Wir haben immer Energiewende links oder bei den Grünen stark verortet. Wir haben in diesem Gesetzgebungsprozess auch gesehen, dass auch konservative Abgeordnete bei der CDU, CSU gemerkt haben, der Klimawandel kommt. Und wir können das nicht mehr nur einfach in diese Lager grün, schwarz als Trennungslinie nehmen, sondern wir müssen sagen, es gibt jetzt mittlerweile in allen Lagern Befürworter der Energiewende. Das ist auch vielleicht ein bisschen anders. Also erst mal sitze ich ja hier als Lobbyist für die erneuerbaren Verbände. Und dass ich nebenbei auch noch das Parteibuch einer großen deutschen Partei habe, die über viele Zeiten die Kanzler in diesem Land gestellt hat, das ist so. Ich finde, man muss in der Tat begreifen, dass Energiewende etwas ist, was sich nicht mit schwarz-weiß beantworten lässt. Dafür sind die Akteure zu vielfältig. Dafür sind die Herausforderungen zu groß. Das lässt sich nicht nur alles in eine Schublade stecken. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich komme aus einem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo ich lange Zeit aktiv war, wo wir sehr mit Strukturproblemen zu kämpfen hatten. Und die Energiewende war sozusagen ein Momentum, um erstens Kommunen finanziell wieder leistungsfähig zu machen, die aber gleichzeitig für das Land auch eine Chance war, um Industriearbeitsplätze im Land zu halten. Gerade im Bereich der Windindustrie, wenn Sie an Turmbau denken, wenn Sie an Zulieferung aus Eisengießereien denken, wenn Sie an Produktionsstätten denken, die dort an der Ostseeküste entstanden sind, dann war das natürlich eine wichtige Brücke. Und auch so etwas hilft natürlich einzelnen politischen Akteuren, dann leichter zu einer Sache zu stehen, als wenn es sozusagen nur in einer Schwarz-Weiß-Diskussion geführt wird. Und ich neige dazu immer zu sagen, wir müssen wirklich noch mal darüber nachdenken, wo kommt der Wunsch nach Energiewende eigentlich her. Und der kommt daher, dass wir in den Kommunen, in den Städten gesagt haben, wir wollen etwas selber machen. Wir wollen selber aktiv werden. Und selber machen bedeutet auch, ich hole Wertschöpfung zurück. Also ich hole Nutzen zurück. Und wenn wir uns da noch mal daran erinnern, dann fällt, glaube ich, egal in welcher Partei die Akteure sind, es noch mal ein bisschen leichter zu sagen, das ist doch gar nicht so schlecht, was wir hier gerade tun. Es ist gut für die Wirtschaft. Es ist gut für die Community. Also für das Miteinander in einer Gesellschaft. Und nebenbei ist es natürlich auch noch sehr gut für den Klimaschutz und trägt dazu bei, dass wir unsere Erde sozusagen unseren Kindern und Enkeln übergeben können. Ja, also 2021 wird sich noch eine ganze Menge tun. Es gibt viele Ansätze, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Wir müssen weiter für die Energiewende kämpfen. Wir haben sehr stark über die Energie-Communities gesprochen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt. und ich habe es in der Sendung mit Frau Weisgerber schon gesagt, Herr Axelm hat es angesprochen, viele Bürgerinnen und Bürger haben Briefe geschrieben an ihre Wahlkreisabgeordnete, auch über unsere Aktion Eigenstrom statt Kohlestrom. Und ich möchte mich noch mal bedanken, dass sie sich daran beteiligt haben. Über unsere Aktion waren es auch zehntausende Briefe. Und Frau Weisgerber hat es auch im Interview gesagt, die sind damit in den Fraktionssitzungen aufgetaucht. Ihr Engagement, ihr dranbleiben, sich informieren, sich dafür zu äußern, sei es im Internet, sei es in Communities, sei es in Briefen an die Abgeordneten, das ist wirklich wichtig. Das ist Zivilgesellschaft, die läuft. Letzte Frage an Herr Axelm, was würden Sie sagen, können unsere Zuschauer, die Bürgerinnen und Bürger jetzt tun, was sollen sie machen? Nicht nachlassen in dem, was sie in den letzten Monaten getan haben, nämlich sichtbar zu machen für politische Entscheidungsträger auf allen Ebenen, darum habe ich auch die Landtagsabgeordneten mit angesprochen, deutlich zu machen, dass Energiewende nur als Gemeinschaftsprojekt aller gelingen kann und dass die Bürger dabei sein dürfen, müssen. In der letzten Sendung habe ich zum Schluss gesagt, wir können die Energiewende nicht verlieren, weil Wolfram Axelm ist so hart, weil er trinkt Bohnenkaffee schwarz. Meine Damen und Herren, Herr Axelm ist noch härter, als ich gedacht habe. Er trinkt Wasser ohne Kohlensäure. Mit ihm und dem Bundesverband Erneuerbare Energie können wir die Energiewende nur gewinnen. Vielen Dank, Herr Axelm. Das war Leben mit der Energiewende TV. Ha, 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 ha Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018